Nach den Grundlagen werden wir uns jetzt um die Herleitung der Klickpreise kümmern. Verzeiht bitte die Detailtiefe, aber lieber einmal ein bisschen Zeit investiert und Verständnis aufgebaut, als hinterher zu fragen. Lieber hinterfragen. Wir haben also das Konstrukt Werbung. Und wir wissen, dass Werbung direkt von der Conversion Rate des Produktes abhängig ist. Wir wissen auch, dass die reine Konvertierungsrate der Werbung eigentlich mit dem Klick auf dieselbige beendet ist, solange es Cost per Click oder Pay per Click Werbung ist. Sieht jemand deine Werbung, hast du die Impression gewonnen, du hast die Auktion davor schon gewonnen, klickt er drauf, herzlichen Glückwunsch, Klickkonversion der Werbung erfüllt. Hier meinen wir natürlich die Conversion Rate als solche, dass das Produkt sich am Ende verkauft. Okay, das ist meiner Meinung nach eine der übergeordneten Bedingungen, die wir an Werbung stellen sollten. Eben nicht, dass sie Klickkonvertiert, sondern dass sie am Ende sogar Kaufkonvertiert, unabhängig der Attributionsmodelle, die gegebenenfalls hinterlegt sind. Nun haben wir in dem großen Bereich der Werbung sehr viele Bereiche, die sich darstellen lassen. Reichweite in Form von den zum Beispiel Impressions. Das Schalten von Werbung auf Bereiche, die man so nicht erreicht, weil die Plätze nicht mit organischen Mitteln besetzt werden. Oder bei nachgelagerten Effekten durch die Klickfolgen oder die Kauffolgen oder die Ansehfolgen der Werbung andere Bereiche triggern und diese dann mit ausfüllen können. Wir haben natürlich den Bereich der Sales. Wir haben natürlich den Bereich der Klicks, wobei die Klicks Geld kosten und die Sales bestenfalls das Geld für die Klicks deckeln. Man würde dann davon sprechen, dass wir profitable Werbung haben. Daneben werden in dem Bereich Werbung oft Kosten und organische Rankings mit reingeworfen, die ich hier auch schon nur als transparente Seitenbereiche darstelle. Ihr seht auch, es gibt keine Überschneidung mit den anderen Bereichen Reichweite, Klicks, Sales und Profitabilität. Nicht nur, weil es vielleicht keine Auswirkungen zueinander gibt, was ich später noch darstelle, sondern weil es keinen Sinn macht, darüber überhaupt nachzudenken. Das organische Ranking nehmen wir als allererstes erstmal weg. Ich zeige euch später, warum. Die Kosten, habe ich schon in einigen Videos angesprochen, sind doch am Ende egal, wenn die Profitabilität das übergeordnete Ziel ist. Kosten sind aber auch egal, wenn ich nur Reichweite erreichen möchte. Dann zählt jede gewonnene Auktion in Klammern, jede Impression ist eine gewonnene Auktion. Und wenn wir nur Sales oder Absatz generieren wollen, also Umsatz, dann sind auch die Kosten egal. Und das verstehen viele leider nicht. Wir lösen das Werbeproblem also mal ganz klar auf und setzen es auseinander. Und es muss für jeden ab diesem Moment klar sein, dass es in den unterschiedlichen Bereichen kaum bis wenig Überschneidungen gibt. In den folgenden Videos werde ich euch das auch klar aufzeigen. Ich denke mir das also nicht einfach so aus. Wenn ihr nicht hochwissenschaftliche Ansätze fahren könnt oder wollt und hochwissenschaftliche Tool-Ansätze, die auf Sekundenebene immer wieder eine neue Entscheidung treffen können, habt, dann werdet ihr euch für einen Ansatz entscheiden müssen. Der Vorteil ist, wenn man sich für viele oder mehrere Ansätze entscheidet, kann man immer noch übergeordnete Kennzahlen greifen lassen, die dann wieder zu einer Gesamtprofitabilität des Werbe-Accounts führen oder aber einfach mit einkalkulieren, das machen wir in späteren Videos, dass die organischen Sales, die sowieso entstehen, ja euren Anteil an Werbesales zusätzlich deckeln. Das heißt, wenn ihr nur 2 Euro investierbare Marge habt, aber immer ein Produkt mit Werbung verkauft und eins organisch, habt ihr natürlich viel mehr an investierbaren Mitteln, um die Kosten sozusagen zu decken. Ja, denn die Marge kommt ja einmal organisch als vollen Wert rein und wenn ihr 2 Euro investierbare Marge habt und bei dem einen Produkt gebt ihr sie aus und bei dem anderen nicht, dann habt ihr ja 2 Euro frei. Hättet also 4 Euro investieren können, wenn der Anteil Werbesales zur organischen Sales jeweils 50,50 ist. Aber Fakt ist, meiner Meinung nach, Fokussierung und Verständnis, das ist eine Überschneidung der jeweiligen Themenbereiche, nicht um jeden Preis geben kann und dass da einige Ansätze separat zu führen sind, unabhängig der Klickkosten, unabhängig der Profitabilität, gegebenenfalls unabhängig der Reichweite. Aber das zeigen wir euch jetzt in den Ableitungen und Werbezielen im nächsten Video.